immer genau ausfindig zu machen was da das ziel ist ich persönlich habe kein trainerschein deswegen stellt mich das manchmal vor größere rätsel aber unheimlich abwechslungsreich die trainingsformen und inhalte von julian nagelsmann und von seinem trainerteam er und schwer zu erkennen jetzt das ist natürlich ein kontaktspiel da wird auch mitgezählt mit verschieben auf engstem raum wir haben team neon gelb wir haben team team line so nenne ich es mal das ist ja die neue team line diese leicht hellblauen trainings scherz so wie hier user kimich und wir haben meine ich die kontaktspieler mit den weißen leibchen unter anderem malik tilmann den wir sehen gabi widovic